Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, verehrte Geschwister. Ich habe gestern und heute einige Videos geteilt von einigen Hulat-Übertreibern, subhanallah, der Asha'irah und der Maturidiyah und die Sufi, subhanallah. Und das ist keineswegs ein Lob für diese Menschen, denn subhanallah, sie haben so viele, viele in ihrer Aqida, in ihren Vertauern, in ihren Rechtsurteilen, möge Allah subhanallah sie recht leiten. Jedoch habe ich gerade diese Ausschnitte gewählt, weil diese Menschen Asha'irah sind und wirkliche Asha'irah sind und zu dem stehen, was sie wirklich sagen. Anders als diese Ahbash, die sich jedes Mal damit berüsten, ja, wir Ahl-Üssunat wa Jemaah Asha'iru Maturidiyah und sie selbst ziehen sich oder sehen sich als Asha'irah selbst und Maturidiyah. Warum? Weil eine Sekte wird sehr schnell klar und deutlich und fertig gemacht, weil es ist eine Sekte, fertig. Aber dadurch, dass du sagst, wir gehören zu den Asha'irah und wir gehören zu den Maturidiyah, das macht ein bisschen mehr Eindruck, das sind nicht wie nur die Leute aus dem Dorf, sage ich mal. Wie gesagt, ich habe ein paar Aussage und wie gesagt, ich habe das leider nicht geschafft zu übersetzen. Ich werde inshallah jetzt kurz abspielen lassen, weil das sind nur ein paar Minuten, ein paar Sekunden. Inshallah, was dieses Asha'irah dazu sagen, über die Ahbash, ob sie wirklich zu Ahl-Üssunat wa Jemaah gehören oder nicht oder ob sie wirklich Übertreiber sind und eine Sekte sind, die nur für sich sind. Deswegen werde ich jetzt inshallah jetzt ein paar Sachen abspielen und inshallah dazu erklären, dass wir und ich erst recht, subhanallah, nicht mit diesen Gelehrten irgendwas zu tun habe und sie lobe und so weiter. Nein, a'audu billah. Sie sind wahrlich auch irregegangene Menschen, weil sie sich von der Sunna abgewandelt haben. Sie haben ihren Verstand vorgezogen, gegenüber den Worten des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, und den Sahaba und den Tabi'in und sich davon abgewandt haben, sogar von den vier Rechtsschulen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht bleiben. Wir fangen inshallah an mit einem, der hat das kurz zusammengefasst. Ich mag ihn gar nicht. Er sagt, dass die Ahbash ist eine Sekte, eine Gruppierung, die sich anfangs zu der Ahle des Sunnaes wa jama'ah zugeschrieben hat, zu den Asha'ar und Maturidiyah. Jedoch ihre Rechtsurteile, ihre Fatawa, ihre Aussagen widersprechen der Ahle des Sunnaes wa jama'ah. Sie selbst, also die Sekte selbst, sie offiziell schreibt sich der Ahle des Sunnaes, also der Asha'ar und Maturidiyah zu. Und ihre Anhänger werden, wird es weis gemacht, als wären sie Ahle des Sunnaes wa jama'ah. Und das sind die Einzigen Wegen der Ahle des Sunnaes wa jama'ah. Und das wurde viel, was ich geredet. Und das wurde viel, auch Sachen, auch Faloum, dass Allah weiß. Und das wurde viel, was ich geredet. Er sagt, dass es Abdelilah Al-Harari, Al-Habashi, er hat die Al-Asha'arra in vielen Punkten zugestimmt. In vielen Themen hat er ihnen Recht gegeben und hat ihre Aussage übernommen. Er sagt, nur weil sie einige Themen zu schmde Asha'arra gehören sie zu Asha'arra, er sagt, Kelle wa elf Kelle niemals und tausendmal niemals. Sie haben zwar Punkte, in denen sie übereinstimmen mit der Asha'arra, jedoch in so vielen Aspekten, die grundlegend sind, Fundamente sind bei den Asha'arra, widersprechen sie dem. Er sagt, in der Asha'arra und ganz klar sind diejenigen Gefährten damit gemeint, die offensichtlich und offenkundig auf den Islam gestorben sind und keine Heuchler waren. Er sagt, weil er ist selber Asha'arri und er antwortet jedes Mal der Ahl des Sunnati und der Wahhabi, die Salafiyah. Er antwortet jedes Mal die Wahhabi und Salafiyah. Also er antwortet ihn und argumentiert gegen uns. Er sagt aber selbst und jetzt gut aufpassen, gerade jetzt hier in dem deutschsprachigen Raum, diese kleinen Kinder, diese Juhal, die meinen, sie hätten irgendwas an Wissen und verbreiten dann, dass sie Asha'arra sind und Maturidiyah sind und Sufi sind und bla 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 bla. Und dann die Ahl des Sunnati, also die Leute, die sich der Salafiyah zuschreiben oder diese Bewegung oder die Wahhabiyah, dass sie diese Menschen zu Kuffar erklären. Und das war niemals erlaubt bei den Asha'arra und erst recht nicht bei den Sufis. Es war niemals erlaubt, dass wenn jemand eine Ansicht vertritt, die basiert auf Qala Allah, Qala Rasulullah, weil er sich darauf bezieht, dass du ihn niemals zum Kaffir erklären kannst. Und jetzt sagt er weiter, Er selbst antwortet der Wahhabie, also uns und die Ahbash sagen, er ist ein Kaffir, weil er uns nicht zu Kuffar erklärt. Ahauzulullah. Es gibt eine offizielle Fatwa in Darul-Aftar über die Ahbash, dass es eine irregegangene Sekte ist, Gruppierung ist. Al-Azhar, die große Universität in Ägypten und sie haben sehr, sehr viele Beda'a und Dalalat und selbst sie haben sich von den Ahbash losgesagt. Das ist der aus Syrien. Er sagt, der ist jetzt auch gestorben in Syrien. Er war auch einer der das Assad-Regime und so weiter unterstützt hat. Auf jeden Fall selbst er sagt, und er ist schon sehr weit in der Irre, subhanallah, selbst er sagte, Abdullah Al-Haral-Al-Habashi, er ist eine Person, der wird, wie sagt man am besten, das heißt, er ist unsicher. Man weiß nicht, wie er ist, subhanallah, man muss sich lieber von ihm fernhalten. Also er wird sehr, sehr kritisiert, subhanallah. Er hat sogar versucht, in Syrien so eine Gruppierung Al-Azhar zu gründen, jedoch wurde das dort abgelehnt. so ist dieser Abdullah Al-Harari Al-Habashi nach Lieberumgang und hat dort ist er auf ein Volk getroffen, sie waren unwissend Juhal, so hat er mit ihnen eine neue Gruppierung gegründet. Ali Jum'ah genauso ein irrgegangener Mubtadja, der auch genauso katastrophale Aussagen hat. Und selbst er sagt dasselbe. Übertreibung und Frewe, subhanallah, also immer hin und her springen und in bestimmten Aspekten, wo es so sinnlos ist, übertreiben sie richtig extrem, sodass sie sogar subhanallah viel, viel Weswisse haben. Selbst sie haben sogar über den Propheten gesprochen, dass er selbst Fehler gemacht hat, Sünden gemacht hat. Möge Allah uns recht leiten. Das Video hat schon neun Minuten erlangt, deswegen brauche ich ein neues Video über die anderen Videos. Bis Salam und Rahmatullah. Die Ahbahs, sie erklären jeden zum Kafir, außer sich selbst. Und jetzt selbst in Kahir, also die Hauptstadt von Ägypten, haben sie selbst sogar eine Bibliothek jetzt und er hätte sich gewünscht von der Regierung und auch von der Universität Al-Azhar, dass diese Sekte von vornherein verboten wird. Leider wurde das nicht gemacht und so haben sie ihren Irrglauben und Dalalat verbreitet. Es wird noch eine große Fitna von ihnen kommen, das hätten wir uns alle ersparen können, hätten wir von vornherein sie als verboten erklärt, diese Sekte. Es ist eine Irrgegang in der Gruppe, das andere brauche ich jetzt kurz übersetzen. Sie glauben von sich selbst, dass sie Ascha'ar sind, Shafi'i'er sind und Sophia jedoch sind sie außerhalb der Sunna, sie sind nicht von der Ahle Sunna, weil sie den Takfir verbreiten. Also zu allen Menschen, alle Muslime werden nicht verschont von ihrem Takfir aus Unwissenheit. Er sagt, sie erklären uns alle zu Kuffar, von oben bis nach unten. Und sie haben so bewertet, das bedeutet fremde Rechtsurteile, ganz, ganz fremd, ganz viele, die sich keiner vorstellen kann, wie krass ein Mensch Irrgegangen sein kann. So soll man sich von diesen Angelegenheiten fernhalten und man soll gewarnt sein. Jetzt Al-Qaradawi, haben auch einige Brüder mich angeschrieben, warum schickst du dich? Wie gesagt, es sind alles Mubtadi'a. Möge Allah sie recht leiten und ihnen ihre Fehler vergeben. Al-Qaradawi, ich weiß nicht, dass er etwas gemacht hat, weswegen er Kafer geworden ist, jedoch hat er sehr, sehr, sehr fatale Fatawa und Rechtsurteile verbreitet. Möge Allah ihn vergeben und ihm das geben, was ihm zusteht. Wir wissen nicht, wie sein Zustand ist. Ich weiß nicht, wenn jemand weiß, dass er eine Aussage getätigt hat, die ganz klar Kufr ist, soll er mir das erklären, so werden wir auch nicht den Tarahum auf ihn machen. Aber nichts desutrotz, selbst er, obwohl er viele Fatawa hat, die auch wirklich sehr, sehr schlimm sind, sagte er, dass sie kurz und knapp, also ich will jetzt nicht das Video noch mal laufen lassen, dass sie Juhal sind, Unwissende sind und die schlimmste Stufe der Unwissenheit ist, dass du unwissend bist und du nicht weißt, dass du unwissend bist. Das heißt, du denkst von dir, du hast Wissen, obwohl du ein Jahil bist und das nennt man im Arabischen Jahil Al-Murakkab, das heißt, die Unwissenheit, die auf Unwissenheit basiert, möge Allah uns gewachen. Was ist jetzt noch? Jetzt Scheich Mustafa Al-Adawi Hafizahullah, möge Allah uns diesen ehrewerten Scheich länger am Leben lassen, denn mein Prophet sehr viel von ihm. Ich werde noch ganz kurz seine Aussage hier reinblenden, weil er das kurz und knapp auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, die Dalalat, die offenkundigen, irregegangenen Sachen von den Ahbash, die sind klar und bekannt, subhanallah, und zwar, dass die Toten um Hilfe bitten und das ist ganz klar verboten, subhanallah, und bei allen Gelehrten, außer bei den Übertreibern der Sufis. Er sagt, Dalalat, also Irreflügungen in vielen Aspekten und Bereichen möge Allah subhanallah uns bewahren. Und jetzt noch Scheich Adadou, auch er, subhanallah, hat auch viele komische Vertauer, aber ich habe, wie gesagt, extra diese Menschen genommen, weil sie Führer sind der Asha'irah, was Bekanntheit gerade angeht. Sie sind sehr bekannte Asha'irah und Adadou versucht so ein bisschen links und rechts zu springen, aber nichtsdestotrotz, nehmen wir an, er ist von den Asha'irah und er selbst sagte über diese Sekte, eine Person aus Deutschland hat sich bei ihm, also bei dieser Sendung gemeldet und sagte, es gibt eine Moschee, der Imam von ihnen ist von den Ahbaish, er hat komische Sachen, darf ich hinter ihm beten? Und da sagte der Asha'irah zu ihm, er sagte, die Ahbaish haben viele Irrgang, Fatawa, viele, viele in der Akhide, in der Akhide, aber auch Fikht, damit es heißt, viele, viele in der Akhide und dem Fikht mögen Allah uns bewahren. Er sagte, suche eine Moschee besser als diese, möge Allah dir Erfolg geben. Auch hier muss man beachten, dass nicht alle Ahbaish auf einem Niveau sind. Das heißt, man kann nicht jeden Ahabashi zum Kafir und das machen wir auch nicht. Denn wie gesagt, sie sind Juhal-Unwissende. Würden sie doch nur den Koran lesen, würden sie verstehen, was wir damit meinen. Ich glaube, ein Ahabashi, der diese ganzen Videos gesehen hat, die keiner von ihnen von den Salafis war oder sonst was subhanallah. Aber der das alles hört und denkt, kann es sein, dass diese verschiedenen Menschen aus verschiedensten Nationen subhanallah, alle sich einig sind über die Ahbaish und er denkt immer noch, er gehört zu Ahl-Sünnati wa Jama'ah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Und das soll auch nicht dazu animieren, wir euch Geschwister, diejenigen, die der Ahl-Sünnati wa Jama'ah angehören, sie haben auch den Charakter der Ahl-Sünnati wa Jama'ah, dass sie trotzdem respektvoll bleiben, nicht beleidigen und nicht Kriege auf den sozialen Netzwerken beginnen oder sonst was. Bringt euren Beweis, bringt eure Ayats, Verse vom Koran, Haditha, Aussagen von den Gelehrten, bringt, diskutiert darüber, wenn ihr darüber Wissen habt. aber meidet dieses unnötige Debattieren, subhanallah, denn jeder kennt seine Beweise. Die Aussagen der Ahbash sind bekannt, Alhamdulillah, das ist jetzt selbst in den letzten Tagen auch für viele klar geworden ist, gerade diese Personen, die auf den sozialen Netzwerken verbreitet sind und bekannt sind, für ihre Da'wah, aber nicht weiß, dass sie zu den Ahbash gehören. Deswegen erwarte ich eigentlich nur von den Ahbash, dass sie sagen sollen, wir sind Ahbash, das ist unsere Angelegenheiten, versteckt das nicht, seid offen und ehrlich zu euch selbst, verbreitet das, was ihr glaubt, wir verbreiten das, was wir glauben. Wenn ihr etwas seht von uns, was falsch ist, erklärt uns auf, subhanallah, kann das hier falsch liegen, Allahu A'la, klärt uns auf und wir werden inshallah uns ermahnen lassen. Jedoch, wenn ihr auch Fehler bei euch seht, dass man die rechtschaffenen Menschen und die Sahaba und die Tabirin und welche Glätter auch immer, dass man sie nicht zu Göttern nimmt und ich meine Götter, weil ihr sie anbetet, um Hilfe bittet, über Sachen, über die sie keine Kraft haben.